Wir haben eine Notstromversorgung, die ist sehr günstig umzusetzen, ist in jedem Haushalt möglich und ist auch jederzeit erweiterbar. Hallo, ich bin Stefan Klotz, Elektromeister bei Ibeco Solar. Sie interessieren sich für ein Notstromsystem bei Ihrer Photovoltaikanlage? Dann bleiben Sie dran, denn in diesem Video erkläre ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Wir haben zwei Möglichkeiten für Sie. Die erste Lösung ist sehr kostengünstig, in jedem Haus umsetzbar und um einen Stromausfall zu überbrücken, völlig ausreichend. Die zweite Lösung ist sehr aufwendig, dazu auch noch teuer und in vielen Haushalten gar nicht technisch umsetzbar. Möglichkeit 1, eine klassische Notstromversorgung. An jedem Stromspeicher sind mehrere Steckdosen angesteckt, die auch beim Stromausfall funktionieren. An denen können Sie Ihren Kühlschrank anstecken oder Ihr Handy aufladen. Diese Notstromfunktion kann auch um weitere Stromkreise erweitert werden. Möglichkeit 2 ist ein Ersatzstromsystem. Im Stromausfall ist dann Ihr ganzes Haus mit Strom versorgt. Aber es gibt technische Hürden. Wir brauchen topmoderne Leitungen, die in der Regel erst in Häusern ab 2018 verbaut sind. Nennt sich in Fachkreisen TNS-Netz. Weiterhin brauchen alle Stromkreise eine Schutzvorrichtung, nennt sich RCD- oder FI-Schutzschalter. Wenn die Gegebenheiten vorhanden sind, dann können wir eine Netzumschaltbox installieren. Sollten diese Gegebenheiten noch nicht vorhanden sein, müssen Sie diese vorab von Ihrem Elektriker einbauen lassen. Und das wird nicht günstig. Wenn es dann soweit ist, können wir eine Netzumschaltbox einbauen. Das kann zeitlich auch umgekehrt passieren. Wir bereiten die Netzumschaltbox vor und Ihr Elektriker schließt die Box an, sobald er das Haus auf TNS umgerüstet hat und den FI eingebaut hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ganz wenige Fälle gibt, wo die große Notstromlösung Sinn macht, weil sie einfach sehr teuer und extrem aufwendig ist. Wir empfehlen daher die smarte und günstige Notstromlösung, die Sie durch den nächsten Stromausfall bringen wird.